Auch Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck will sich an diesem Tag über die Lage informieren. Na ja, warum ist das? Halt zu schützen, ne? Heimatlieder. Ja, natürlich. Wie lange seid ihr schon hier? Seit halb sechs, wir waren vorher arbeiten. Hoch noch. Dann sieht der Politprofi, dass ein Fotograf Bilder schießt. Prompt schmeißt er sich in Pose, zeigt weltmännisch ins Nirgendwo. Hier das dazugehörige Foto. Irgendwie auch peinlich.